Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Fellnasen und Lebensträumen. Mein Name ist Kösti Lucius und hier geht es um deine persönliche Reise, wo du dein Potenzial und deine Persönlichkeit mithilfe deines Hundes weiterentwickeln kannst. Bist du bereit zu starten? Dann lass uns loslegen! In dieser Folge geht es um negative Gedanken. Ich glaube, jeder von uns kennt diese, die dann doch mal verhäuft oder dann doch eher im Hintergrund mal rauschen. Diese sind definitiv bedrückend und können sich sogar manchmal lebend anfühlen. Und wenn du diese hast, merkst du es ja wahrscheinlich selbst. Die bringen dich auch einfach nicht weiter, blockieren dich sogar irgendwie auf eine Art und Weise. Die sind so kraftvoll, powerful, dass sie bis zu einer Angststörung führen können und sogar in eine Depression. Wenn diese Gedanken überhand nehmen, dann hindern sie dich am aktiven Handeln. Und irgendwie führt dieses Grübeln und starke Nachdenken nur dazu, dass du gar keine Lösung findest für deine Probleme, sondern dich wie in so einer Spirale dann befindest. Aber hier wirst du erfahren, wie du negative Gedanken loswerden kannst und auch deine negative Einstellung verändern kannst. Hier möchte ich doch mal einen kleinen Hinweis geben, weil diese negativen Gedanken sind wirklich, wirklich kraftvoll. Und wie ich ja schon gesagt habe, sie können wirklich in eine schwere Depression führen. Also falls du wirklich merkst, ich brauche da Hilfe, dann such dir bitte wirklich Hilfe, um dort aus dieser Spirale rauszukommen. Es ist mir auch ein Herzensthema, weil ich eine ganz, ganz liebe Freundin habe, die unter Depressionen leidet. Und auch wenn ich ihr immer versuche, so gut es geht, zur Seite zu stehen, sie wäre definitiv nicht so auf so einem guten Weg ohne ihre Medikamente und ohne psychiatrische Unterstützung. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich eine Folge vorbereite und noch gar nicht so richtig weiß, dass ich diese Folge jetzt veröffentlichen werde und mich dann damit beschäftige und selbst verstelle, ach, hm, vor kurzem war ich ja selber gerade wieder an so einem Thema. Also erst wirklich letzte Woche war ich am Donnerstag absolut in meinem Loch gefangen und hatte auch diesen totalen Spirale von negativen Gedanken. Mir ging es echt schlecht, also als ich mit Storm losgelaufen bin. Zum Gassi kamen mir irgendwie ständig die Tränen, weil es mir einfach nicht gut ging. Ich habe so eine extreme Traurigkeit einfach gespürt und wusste schon, okay, ich muss, ich sage immer liebevoll, in meinen Wald, weil ich weiß, dass ich dort ganz viel Energie tanken kann. Und in die Richtung bin ich dann auch gegangen und habe dann halt auch gemerkt, dass dieser Wald extrem viel Ruhe wieder gebracht hat in meinen ganzen Mindfuck, den ich da hatte und mich schon mal entspannt hat und ich dann gemerkt habe, nee, ich brauche jetzt mal ganz kurz ein Timeout irgendwie von allen Themen, die es gerade so gibt, die mich nerven und mich in diese Negativspirale bringen von negativen Gedanken. Und habe dann auch entschieden, am Donnerstag bin ich dann halt einkaufen gefahren und habe dann auch gesagt, nein, ich setze mich nicht an den Computer, ich mache jetzt nichts für mein Business, es geht jetzt einfach nicht. Und habe dann auch an dem Tag meine Freundin gefragt, ob sie, beziehungsweise ob unser Treffen am Freitag auch noch stattfindet und habe dann Sachen eingekauft für ein schönes Frühstück und bin zu ihr hingefahren und habe dann auch gesagt, okay, ich werde das jetzt hier irgendwie alles noch schaffen und habe dann halt wirklich gemerkt, es geht aufwärts wieder mit meinen ganzen Gedankenspirale und ja, generell geht es mir jetzt auch gerade wieder besser und kann mich halt wieder auf das Schöne und das Positive konzentrieren und ja, und das, was mir geholfen hat, werde ich dir heute auch hier auf den Weg geben. Was sind überhaupt Gedanken? Rein physiologisch handelt es sich bei Gedanken um elektrische Impulse, die ihrerseits elektrische und chemische Reaktionen in unserem Gehirn hervorrufen. Gedanken sind Kräfte. Was genau im Körper passiert, wird von unserem Unterbewusstsein bestimmt, das heißt von dem, was wir von Kindheit an gelernt und erfahren haben. Ja, da siehst du halt, es ist halt ganz viel, wie soll ich sagen, auch Reaktionen im Körper, die hervorgerufen werden und dadurch sind diese Gedanken halt auch so machtvoll und repräsentieren halt alles, was du so in deinem Leben erfahren hast. Und deswegen kann keiner jetzt sagen, was jetzt so ein Auslöser ist für negative Gedanken oder warum irgendein Thema bei jemandem anderes gar nicht so ein Thema ist, wie jetzt vielleicht bei dir, weil es halt einfach sich von der Kindheit anher zieht und alles, was du halt auch im Tag bis heute gelernt, erfahren hast und dadurch projekzierst. Warum drehst du dich beim Grübeln eigentlich im Kreis? So diese, ich glaube, jeder kennt diese Spirale von, ich sitze jetzt da und denke drüber nach und denke drüber nach und irgendwie komme ich gar nicht weiter. Wie mit so vielen Sachen die Menge macht das, also negative Gedanken sind natürlich partout nichts Schlechtes. Es ist halt wieder nur ein Problem, wenn die Häufigkeit überhand nimmt. Dann fühlen sie sich belastend und werden auch belastend und können halt krankhaft werden beziehungsweise in eine Krankheit sogar führen und depressive Episoden verursachen. Leider kenne ich das auch. Es ist wirklich krass, wie machtvoll diese Gedanken sein können, weil auch da ist diese Gedanken, diese negativen Gedanken, die du dann hast, sind ja auch ganz oft dann über dich selbst und du machst dich dann halt auch selbst fertig in dem Moment. Dann kommen halt auch so negative Glaubenssätze hervor wie, oh, ich schaffe das nie, ich bin nichts wert, ich bin nicht liebevoll und so weiter. Und dort hast du halt keinen Raum, um nach Lösungen zu finden, sondern diese Gedanken werden dann halt ganz starr und drehen sich halt einfach nur im Kreis herum und bringen dich halt auf keine Lösung. Du beziehst dich halt aus Sachen aus der Vergangenheit sozusagen, oh, das hat ja noch nie geklappt, wieso soll es jetzt klappen? Oder so deine Zukunft siehst du halt auf einmal ganz schwarz, weil du gerade nicht siehst, ja, dass diese Zukunft besser werden kann, als was du schon erlebt hast. Du bist halt in dem Moment nicht objektiv, sondern wirklich versteift in diesem Negativen und dadurch total pessimistisch und kritisch mit allem, was passiert und denkst, warum sollte das überhaupt in der Zukunft besser werden, wenn das doch jetzt alles Müll war, was jetzt so war. Diese Gedanken drehen sich dann halt wirklich über dich als Person und was du für Fehler in der Vergangenheit gemacht hast oder welche Handlungen du gemacht hast, die halt in der Vergangenheit einfach nicht gut waren. und die projekzierst du so auf die Zukunft und auf das, was jetzt gerade ist, obwohl ja das Buch für die Zukunft ja noch offen ist. Ha, kann ich mich selbst gerade an die Nasenspitze fassen? Es fühlt sich und wird halt quirlend, unterdrückend und können halt, die können, wie ich ja schon jetzt gesagt hatte, auf deine Gesundheit schlagen und du bist halt dieser Gedankenspirale, diesen Gedankenmuster wie ausgeliefert oder es fühlt sich so an, aber das Schöne ist, nein, du bist eben nicht hilflos ausgeliefert. Du kannst diese Spirale durchbrechen und verändern und in ein lebensbejahendes und positives Denken umwandeln, um halt ein schönes Lebensglück bei dir zu kreieren. Und dafür gibt es Strategien, die du hier erfahren wirst. Gehen wir nochmal so richtig auf die Gesundheit ein. Also wie wirken sich negative Gedanken nun auf deine Gesundheit aus? Also es beeinflusst total deine Seele. Also ich weiß nicht, ob dir schon mal sowas passiert ist, aber dass du dich wirklich so leer und schwarz innen drin anfühlt, also so wirklich so ausgelaugt und ausgesaugt. Und da sieht man halt, wie sehr die Seele mit dem Verstand und dem Körper agiert, weil dann, kenne ich das so, fühlt man sich auch schwach und antriebslos und kommt halt kaum so richtig aus dem Bett. Also hier halt so eine depressive Verstimmung. Und es schlägt dann halt auch auf dein Immunsystem. Also hat halt wieder mit Stress zu tun, was wie durch Stress wird halt Kortisol ausgesendet die ganze Zeit. Und das schwächt halt auf Dauer das Immunsystem. Und nicht nur das, sondern auch halt wieder das Herz-Kreislauf-System und Magendarm-Trakt und so wie andere Organe. Also es ist halt wirklich kein gutes gesundheitlicher Aspekt, wenn du permanent in diesen negativen Gedanken steckst. Und negative Gedanken können sich halt auch deinen Nacken und deinen Rücken schädigen. Also psychischer Stress erhöht die Belastung der Wirbelsäule. Wie sich wirklich dieser Stress auf die Wirbelsäule auswirkt, gab es sogar mal einen Test dazu, dass 17 Forschungsteilnehmer, 9 Männer und 8 Frauen im Alter von 19 bis 44 Jahren an einem Test teilgenommen haben. Und es ging darum, dass sie einfach eine leichte Kiste anheben sollten und an bestimmten Stellen abstellen sollten. Und da war das dann halt so, dass sie erst mal positives Feedback bekommen haben, gelobt wurden, dass sie alles richtig toll machen. Und dann wurden sie halt kritisiert und haben negatives Feedback bekommen. Wie sich das da so ausgewirkt hat, wurde der Blutdruck gemessen, die Herzfrequenz wurde festgestellt, der Probanden. Und sie wurden da gefragt, wie es ihnen geht und ob sie motiviert sind oder nicht. Aber auch bestimmte Sensoren haben wirklich die Belastung im Nacken und im unteren Rücken testet. Und dort wurde festgestellt, im Vergleich nach dem positiven Feedback stieg die Belastung der Wirbelsäule im Nackenbereich nach negativen Feedback bei der Kompression um 11,1 Prozent, bei der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der Wirbel und um 9,4 Prozent bei der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung und bei der Lateralbewegung der Wirbel um 19,3 Prozent. Und im unteren Rücken erhöhte sich die Belastung um 1,7 Prozent bei der Kompression und um 2,2 Prozent bei der Scherung. Also ganz spannend, dass halt wirklich so eine Last dann auch auf den Rücken war, wo halt negative Gedanken beziehungsweise negatives Feedback den Probanden in dem Moment gegeben wurde, dass das wirklich auf den Rücken und auf die Wirbelsäule gegangen ist. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das schon, dass ich vor allem so den Nacken- und Schulterbereich gerne so hochziehe und angespannt bin. Und das hatte ich in der Zeit lang sehr, sehr, sehr lange, dass ich immer wieder dort verspannt war und mir alles wehgetan hat. Und jetzt mit dieser Erkenntnis weiß ich, dass dann halt auch die negativen Gedanken dazu beitragen können. Und der Arzt, der diesen Test veranlasst hat, war erstaunt, dass halt vor allem im Nackenbereich so eine starke Belastung gefunden wurde und nicht so im unteren Rückenbereich, was die erst vorher bedacht hatten, dass das passieren würde. Also ganz spannendes Thema. Deswegen ist es so wichtig, rauszufinden, wie du deine negative Einstellung ändern kannst. Ich finde es gerade ganz spannend, weil dieses Thema so ganz viel im Umlauf ist. Guckst du überhaupt noch Nachrichten? Also kannst du diese Nachrichten, die wir zurzeit bekommen, überhaupt noch aushalten? Da wirklich negative Nachrichten extrem präsent momentan sind. Also mir geht es auf jeden Fall so. Der Krieg im Europa, der starke Klimawandel, der sich überall bemerkbar macht, der dann natürlich auch zu bestimmten Naturkatastrophen führt. Also ich denke jetzt wirklich gerade über Weihnachten und Neujahr hier in Norddeutschland, was da mit den Überflutungen war. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Also das ist so krass. Also mir geht es dann auch super, super nah. Und dann halt auch die ganzen politischen Themen momentan, die sind doch schon, also die kratzen einfach überall. Und dann siehst du das alles und dann hast du noch so deine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, deine normalen privaten Probleme aus dem Alltag oder auch vielleicht noch welche, die dazukommen. Damit will ich sagen, es gibt so viele Gründe, um sich negative Gedanken zu machen. Doch kennst du wahrscheinlich auch, es hilft dann halt auch nicht in dieser Situation, diese noch zu befeuern oder sich dann noch mit Nachbarn, Freund, Familie auszutauschen, wie schrecklich gerade alles ist. Und dann noch mit diesen Glaubenssätzen herum zu hantieren, warum immer ich, das Leben ist hart und ungerecht, da dieses Jammern dich zum Opfer macht. Also du kommst in so eine Opferrolle dann rein. Diese zieht dir einfach wahnsinnig viel Energie und lenkt einfach wegement den Fokus auf das Negative. Und dann kommst du halt wieder in diese Spirale, von der ich erzählt habe, die dir dann absolut nicht gut tut. In dem Moment ist es wichtig, Verantwortung, Selbstverantwortung zu übernehmen für deine Gedanken. Und das kannst du am besten, wenn du dir diese halt auch bewusst machst. Also so, okay, was denke ich denn hier eigentlich die ganze Zeit und tut es mir überhaupt gut, was ich hier denke? Versuche, die Situation zu beurteilen und dann zu gucken, ob das dann schon die Lösung für dich ist, um in bessere Gedanken zu kommen. Versuche nicht so ein riesen Hindernis, als großes, riesen Problem zu sehen und dann noch so richtig viel Wichtigkeit da rein zu tun. So, boah, das ist so ein Haufen und bla 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 und ich jammer jetzt und es ist ja so schlimm und mir geht es ja so schlecht. Sondern guck mal, ob du vielleicht eine einfache Lösung sehen kannst und das kannst du halt wieder mit so ein bisschen Abstand von den ganzen Sachen und halt Achtsamkeit. Guck mal, was du für dich tun kannst, um aus der Opferrolle rauszukommen. Und ich gebe dir jetzt mal fünf Tipps, wie du negative Gedanken loswerden kannst und dir auch diese bewusst werden machen kannst. Also, das hört sich jetzt so schön einfach an, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist es nicht, aber negative Gedanken in positive umwandeln. Wenn du in so einer depressiven Verstimmung bist, kannst du deine Situation einfach nicht realistisch bewerten. Es ist so, du bist in so einen Strudel gefangen und egal, wie du, weiß ich nicht, was sehen möchtest, es wird nicht besser. Also, ich kann das selbst, wenn dann auch Sebastian versucht, mir das irgendwie besser zu erzählen. Nein, ich will es jetzt einfach negativ sehen und alles ist in dem Moment scheiße. So, Punkt. Und um da halt irgendwie wacher zu werden für deine Gedanken, ist es wirklich gut, in Meditation und Achtsamkeit zu gehen. Also, das hörst du nicht das erste Mal von mir. Um da zu lernen, deine Gedanken auch zu kontrollieren. Mal durchatmen, mal stoppen, mal einfach zur Ruhe kommen. Diese Ruhe ist so wahnsinnig wichtig. Und ein super schönes Zitat von Buddha, der sagte, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Deswegen negative Gedanken erkennen und versuchen, da sowieso ein Stopp vorzustellen. Aber da erzähle ich gleich noch mal was dazu. Und um das Thema Meditation auf ein bisschen anzustoßen bei dir, falls du damit noch gar keine Berührungspunkte hattest, kann ich dir von wärmsten die kostenfreie App von HomoDea empfehlen. Da stellt unter anderem Veit Lindau seine Meditation zum größten Teil kostenlos zur Verfügung. Und da kannst du sogar danach suchen, nach der passenden Meditation, wie es dir gerade geht und zu sagen, welches Thema du meditieren möchtest. Den Link findest du dann in den Shownotes, dass du da mal reinstuppern kannst. So, mein zweiter Tipp. Stoppe negative Gedanken. Grübe rein, überkommen dich und du kannst gefühlt nichts an deiner gegenwärtigen Situation verändern. Da ist es hilfreich, an eine rote Ampel zu denken. Rot ist für unser Gehirn eine Signalfarbe und lässt uns innehalten. Und wenn du nicht an eine rote Ampel denken willst, dann gerne an ein Stoppschild, um sich einfach das mal bewusst zu machen, ey, warte mal, was denke ich hier eigentlich? Was geht hier an mich vor? Und dadurch kannst du deinen Geist einfach mal anhalten und stoppst dadurch diese Gedankenspirale, die dich ja sozusagen immer weiter nach unten zieht und schafft dir einfach mal so ganz schönen Raum, der einfach mal ganz kurz sagt, ey, warte mal, um was dreht sich das hier eigentlich wieder anders? Und so kannst du halt so zwanghaftes Grübeln beenden. Und wenn dir mal so eine Gedankenspirale mal in der Nacht passiert, dann macht das wirklich Sinn, sich nicht hin und her zu wälzen, sondern wirklich mal ganz kurz aufzustehen oder das Licht wenigstens anzumachen und sich vielleicht ganz kurz ein Buch zu schnappen, so bis 15 Minuten und das zu lesen, um auch einfach diese Gedanken mal zu stoppen und auf was anderes zu kommen. Oder was mir gerade kommt, ist auch nicht nur ein Buch, sondern was mir auch hilft, ist dann ein Hörbuch anzumachen oder ja, ich habe so ein, zwei Einschlafmeditationen, Einschlafgeschichten, die ich mir gerne anhöre, um halt den Geist abzulenken und um wieder zur Ruhe zu kommen. Beobachte mal dein Gedankenkarussell, mein Tipp Nummer drei. Es ist halt wichtig, diese Gedankenmuster durchbrechen zu können. Und jeder hat da unterschiedliche Trigger, die ihn in so ein Gedankenspiralemuster bringt. Und da ist es halt wieder wichtig, achtsam zu sein, was diese Trigger sind. Dadurch kommst du in so eine automatisierte Abfolge und dann kommen halt auch die ganzen Glaubenssätzen hinterher und ja, es ist einfach dann so ein Rausch nach unten. In dem Moment versuche mal, dich nicht mit deinen Gedanken zu identifizieren, die da sein könnten. Ich werde das nie schaffen. War ja klar, dass mir das passiert. Sondern versuch mal, dich von außen zu betrachten. Also sozusagen, du bist der Beobachter von dir selbst und guck mal, was du dir vielleicht selbst raten würdest. Also beziehungsweise, wenn du jetzt auf dich guckst und du bist deine Freundin, was du in dem Moment deiner Freundin raten würdest, oder welche Gedanken du so dann in dem Moment eigentlich denken wollen würdest. Und was auch hilft, wenn du dann diese Gedankenmuster hast und so eine Spirale und diese gleichen Glaubenssätze kommen hoch, versuch mal deiner inneren Stimme was Lachhaftes zu geben, dass du die nicht mehr ernst nehmen kannst. Also so eine Mickey-Maus-Stimme, so, ich werde dich nicht schaffen, ach ja klar, ha ha ha, so, oder stell dir das als Clown vor oder irgendwie, was dir hilft, dass du sagst, ach ja, die Stimme ist schon wieder, ja, ja, ja. Also irgendwann gibt es hier auch noch eine Podcast-Folge zu den ganzen inneren Stimmen, die es dann so gibt, weil die sind ja kreativ, also wir haben ja nicht nur eine, sondern es gibt ganz viele und da nimmst du halt so ein bisschen den Ernst raus. Ist erstmal echt schwer, ich weiß, aber es hilft. So, mein nächster Impuls für dich, Gedanken bewerten, also wie bewertest du deine Gedanken? Sind die wirklich wahr? Guck mal wirklich, was du schon bereits geschafft hast und indem du das machst, kannst du halt auch wieder deiner inneren Stimme die Energie nehmen, die Wichtigkeit nehmen und sagen, ey, warte mal, was laberst du mich denn hier so an? Ich hab doch schon das und das geschafft und das stimmt doch alles einfach gar nicht, was du mir gerade hier erzählst. Und der letzte Impuls für dich, ne, wer schreibt, der bleibt, schreibe deine Themen auf, schreib mal alles mal auf. Nimm dir mal 15 bis 30 Minuten und ich sag immer wieder oder auch kürzer und schreib mal alles auf, was dich so bedrückt beziehungsweise was deine negativen Gedanken so produzieren und lass das einfach mal liegen für eine halbe Stunde, Stunde, mach was anderes und guck mal wieder drauf. Ich wette mit dir, du wirst es auf einer ganz anderen Perspektive sehen und vielleicht auch dann bereits schon Lösungen finden. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Und natürlich, unsere Fellnase kann hier natürlich mehr als gut helfen, also dein Fellnasentudu der Woche. Kennst du das auch? Du gehst Gassi und es gibt eine Situation oder eine Person, die deinen Hund interessant findet. Also gehst du lang und auf einmal merkst du, dass dein Hund die ganze Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache, eine bestimmte Person richtest. Da finde mal raus, gibst du da Energie rein. Also guckst du selbst hin und denkst, ach, was wird er jetzt machen und findest du es selbst gerade total interessant? Oder sagst du, ach, da ist irgendwie was. Ja, kann ja sein, dass mich das jetzt stört, aber nee. Und gehst du weiter und konzentrierst dich weiter auf deinen Weg und auf das gewünschte Verhalten deines Hundes. Was passiert dann? Bin gespannt. Ich glaube, jeder von uns hatte schon so eine Situation, ob du denn das befeuerst, also dem negativen, in Anführungszeichen negativen, Energie gibst oder dich konzentrierst, wie es weitergehen soll. Nun hast du erfahren, was Gedanken sind, warum du dich beim Grübeln in den Kreis drehst, wie du deine negative Einstellung ändern kannst und wie negative Gedanken sich auf deine Gesundheit auswirken können. Und nun hast du fünf hilfreiche Tipps an der Hand, wie du negative Gedanken loswerden kannst und doch ein sehr spannendes Fellnasen-To-Do der Woche. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast gut findest und Lust hast, diesen zu bewerten und wenn dir andere Hunde, Halter und Halterinnen einfallen, wo du Lust hast, meinen Podcast weiter zu empfehlen. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank fürs Einschalten und dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn du mehr über das Thema und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuche doch sehr gerne meine Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge weiterhelfen konnte. Wenn du jetzt dennoch feststellst, dass du alleine nicht weiterkommst, dann buche dir doch sehr gerne ein persönliches Kennenlerngespräch mit mir. Dort finden wir gemeinsam heraus, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Deine Kirsti Deine Kirsti Deine Kirsti Deine Kirsti Deine Kirsti Deine Kirsti Deine Kirsti